Jo, ich bin zu einer neuen Folge Minecraft mit mir, äh, und zwar Minecraft, äh, Minecraft, ja, äh, Shopping-Chaos auf dem GOMAD.net-Server und ja, das Spielmodus, der schon seit Weihnachten existiert. Man kann jetzt geteilter Meinung sein, ob einem der Spaß macht oder nicht und wie ihr vielleicht hört, bin ich ein bisschen krank, aber das hindert mich dies Woche nicht daran, ein Video zu machen. Letzte Woche kam übrigens kein Video, sagt ziemlich einfach erklärt daran, dass ich, ähm, beim Sechs-Tage-Rennen war. Und, falls jemand das nicht sagt, es ist ein Fahrradrennen, es geht sechs Tage lang in Berlin, also, da in verschiedenen Disziplinen fahren die da mit dem Fahrrad. Sechs Tage lang, ja. So, zack, zack, zack. Ähm, dim, 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 dim. Dann machen wir uns doch mal einen Kompass, und, ähm, in dem Spielmodus geht es jetzt ziemlich super erklärt, da rum. Das zu craften, was die Villager einmal zeigen, bei Kolben und so, da hab ich, äh, noch Probleme, beziehungsweise hab ich überhaupt Probleme, weil ich sowas total selten crafte. und nie brauche eigentlich um ehrlich zu sein und von daher braucht man sich doch nicht wundern wenn ich da keine ahnung von ab wie man so herstellt so zack machen wir mal so zack zack doch geschafft praktisch in führung vor den anderen aber man weiß ja nicht die ziel geraten sind und man kann sich halt immer nur den ersten bilder bedienen unter zehn emeralds kann man den stand hier freischalten deshalb gibt es ja auch ich noch zwei weitere das kraft also man lernt dadurch ganz schön was dazu wie einige rezepte von einigen dingen sind andere wird man sich nie merken wie ich zum beispiel redstone komperator oder sowas damit komme ich so oder so nicht klar daran wird sich wahrscheinlich auch lange nichts ändern außer ich werde da mal der große redstone konstrukteur ja und da muss man jetzt versuchen ziemlich am anfang wirklich den ersten stand zu schalten freizuschalten das ganze gibt es auch noch im spielmodus mit zwei spielern da ist man dann halt zu zweit sage ich jetzt mal hier im shop drin und joa das ist eigentlich nicht interessanter spielmodus aber das macht mir so ein bisschen spaß durchaus und ja das entspricht der eigentlich 4 geschicklichkeit und so was alles in einem spielmodus drin so man muss wissen wie man die dinge kraftet sauber tisch haben war sind wir ja verwerf ich zum beispiel nicht bin ich sicher waren bogen mit bei ja macht 1234567 da habe ich das brauche ich noch ein redstone morgen also machen wir jetzt als erstes mal die bogen 1 2 3 wald aussieht so zack 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 und schon ist fertig ist der werfer ja den hebel schalter so glaube ich sogar schon im innen so kann ja so sieht nämlich ein haken aus ja hebel da zum beispiel ist dieses rex total und der trick an der ganze sache ist eigentlich dass man die sachen die man gut kann immer als aller allererstes macht ich glaube zwölf stück bräuchte ich ja super passt habe ich so dass man sich halt nicht lange mit solchen dingen aufwerten wo man sich denkt oh gott wie genie kraftig die dass man halt sich genau die dinge raussucht die man gut kann so sagt sagt da muss man sagt möglichst schnell war zum beispiel des rechts und hat die werde ich mir nie mehr können was jetzt genau was da drin ist was dazu gehört ist eins mehr wie man die dinge kraft video ja ja die hätte ich gleich zweimal kraften können mit es ist das einfach ist ja leute weiß ich zum beispiel gar nicht immer ich lieber nochmals tnt weil ich da genau weiß wie das ganz wenig wie das ganze aussieht kraftig table und kann sich hier auch da hinten an der wand praktischerweise von den wildern von einem villager anzeigen lassen wie das kraftig rezept dann ist wenn man das nicht weiß und wenn wir schon jetzt zum beispiel war ich jetzt lieber als druckplatte der mittel druckplatte haben wir brauchen wir eisen brauchen nämlich einmal eisen und ein redstone auch so zack 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 jetzt hier die eisen verteilt wird da so bis die druckplatte sollte man natürlich vorher machen so zack 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 oder schon sind wir fertig mit der sieben verschiedene ja nur 1 und das ist gestattet ist nicht auch noch so beide klappt man sich ja eigentlich relativ selten aber das kann sich denke ich war ziemlich easy wer auch so das ist jetzt ja passt von 6 der tricks zum beispiel also der spiel wo es macht jetzt kein spaß kann man es jetzt nicht wirklich nennen aber auf jeder hat man eine gewisse zeit unterhaltung und kann dieses spiel muss machen so so da ist eine goldspitze und buch das buch muss schneller 1 2 3 1 leder sagt sagt da haben wir schon das buch gekraftet siebten sekunden hat nur noch hält sich an grenze so die magma creme das nächste ist die goldspitze die wir machen müssen die goldspitze und dann die marke creme so jetzt haben wir das zeug für die goldspitze im innen so die magma creme was nämlich auch machen wir nicht zack und haben die oh man dann waren wir eine sekunde zu spät hoch man kann so jetzt nicht sein das kann ich angehen so und dann hat es jetzt aber kraft nur so da kommt schon einer hust hust nah nein da kommt jetzt nicht wirklich er kommt bloß etwas näher zwölf ja so das heißt 1 2 3 gut haben wir schon im inventar eigentlich aber super da haben wir mich allein in die baum und schule man tiere holen will das kommt des öfteren vor wenn man zum beispiel zum beispiel pilzkuh holen will aber die einem ständig weg laufen 8 sekunden bei dem noch ich habe aber noch so jeder wird 123 brauchen wir noch drauf sollten wir sind einige nicht wie das geht das ist schon mal von vorteil wenn man das schon mal gemacht hat zum beispiel ich habe mir das im zweifel braucht das mal weise modus die goldspitze hier können wir eben gleich geben so und dann 123 für ein buch was ja naja ich kann stimmt im real leben aber es hat mein kraft so was können wir als nächstes er kommt krieg ich jetzt alles gerade hin beziehungsweise ich bin zu voll her so gut kann ich gerade auch nicht mehr auf die zugreifen dann warten wir kurz die 1 2 3 4 5 6 7 8 und 10 sekunden und schon ist die alle da die andere weiß ja auch wie man die kraft so zack kennt man ja durchaus aus sky wars dabei nutzt man ja auch das eine oder andere war die alle um den gegen darunter zu wussten und hat pech wenn der spieler spinnet sagt aber ich bin jetzt muss man ja ich glaube das ist praktische so und wir auch weiteres an jemanden spielte aber egal ja der wir jetzt leiter art bild bilder haben kann ich schnell machen bilder haben ist es jetzt leder sollte er in der mitte er wurde leider das heißt ich machen wir jetzt hier mal 12 reichen glaube ich auch 1234 dann kommt da hat ein leder in die mitte schade entschaffen die nehme ich nicht mehr den ganzen links holzdruck platte holzdruck platte sage ich schon weil wir so da war die falltür sagt und ich und meine inventar sind in diesem spiel auf jeden fall 1 2 3 4 5 5 10 wird aber gut sagt sagt jetzt die müze die lederkappe die lederkappe haben wir das haben wir so ja dann machen wir da eisen drumherum und da eine karotte wo ach so so war die zeit ist umgelaufen wir haben das spiel geworden gg wir waren team gelb ich halte katzlob an katzlob an und 37 sind jetzt nicht gerade mein höchstrekord wir können noch mal kurz mehr als das sehen damit er ist dass ich das spielten er hat sie mit dem mark ich glaube ich eine mehr wissen Satz auf Goma und damit bedanke ich mir hier recht herzlich fürs zugegeben